Oh Backe, mach von mir aus, psst, aber hör mit dem Sächsisch auf, ey. Sächsisch macht Spaß, ne boah. Geht da voll ab, ey. Nein, 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 du kriegst mich nicht. Ja, natürlich, du kannst mit dem Panzer auch so toll treffen, ne. Ich bin unser letzter Mann, der letzte Mann, the last man standing. Oh, der wohnt in der anderen, das kann ich nicht viel mehr. Fuck it. Ey, diese scheiß Panzer-Noobs, Alter. Die fucken mich gerade voll ab, ey. Nur mehr. Das Schöne ist, ich handelte jetzt gegen Panzer. Ich schon. Ich bin Sanni. Ich handelte sehr viel gegen Panzer, zum Beispiel zwei Raketen, die ich gleichzeitig abschießen kann. Ey, schon wieder vom Panzer gebashed. Äh, gib es nicht, ey. Ich hasse Panzer. Also, ich meine, ich hasse diese Panzer hier am Spiel, den Panzer-Komiker, den mag ich. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, damit man das nicht falsch versteht hier und so, ne. Paul Panzer. Shit, fucking Kar, Mann. Shit happens. Jetzt hab ich aber die Faxen endgültig dicke, jetzt nehm ich hier den Pionier-Weiße und, äh, dann habt ihr alle verkackt, ey. Nee. Denkt dran, ich bin eine KI mit Gefühlen. Ey, ich bash euch so mit der Panzer-Force in your face, ey. Face into your face, German. Fuck it, man. Ach, was hab ich denn hier für ne Waffe? Näh, toll, ey. Boah, ich glaube, ich will meine Stadt... Thank you very much, Kollege. Warte, das ist Quatsch, Digga. Thank you very much, warte, das ist Quatsch. 5... 5 zu 14 hab ich. 5 zu 10. I-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Do you understand me? You know what it is, back in yellow, back in yellow, back in yellow. Ey, das ist doch nicht die Möglichkeit. Was da draußen los ist, ja, alle 10 Minuten tatü-ta-ta, ey. Verstanden das hier? Ah, jo. Aber, I'm a soldier. Aber Hatschi. Aber Hatschi, mein Bruder, komm mit auf meine Rangebunderaus. Rosetto Maud, die Marke mit dem O. Ey, komm, ey, dich werd ich jetzt so bashen, ey. Boah, ich werd dich so richtig, so, so, so. Geht doch, ja, Mann. Richtig. Come on, fighting! Everybody was Kung Fu fighting. Sexy eyes. I got down the show. Shit fucking car, man. Na, ah, ich bin tot. Was passiert? Für 6 zu 16. 5 zu 11. Ich bin normalen besser. Naja, aber Minus-Statistik, trotz alledem. Egal wie man das sieht, es ist, bleibt, ist und bleibt eine Minus-Statistik. Egal wie man das sieht, äh, das, wir spielen wie auch Weed. Ne, bestimmt nicht. Doch, klar, wir spielen so scheiße, als wenn wir dich... Wir sind Natur-Stone, das ist was anderes. Ja, aber normalerweise, wie willst du... Shit. Happens. Genau, das sowieso. Bam, bam, bam. Ey, scheiße, passiert, ne? Ey, kennst du Wayne? Ey, kennst du Wayne? Boah, ich wollte den so schön wegbashen. Nix da, nix da, nix da, du kriegst mich nicht. Nix da, nix da, nix da, nix da, nix da. Hey, das macht mich doch nicht glücklich. Nix da, nix da, nix da, nix da. Nix da, nix da, nix da. I have... I have you. Whoa! Hey, das ist doch nicht glücklich. Ah! Scheiße, scheiße! Ja, du kennst was es ist. Leave me alone, leave me alone, please. Hier rät's gerade streng nach faulen Eiern. Hey, was? Ich bin gerade gespawnt und schon wieder... Oh, der ist... Oh, der ist... Oh, der ist... Die können alle nicht spielen, Spakus. Wie der Fährt. Wow. Hilfe, Mann. Kampi, empi. Ach, du bist da oben der Kardonier, ne? Mhm. Ja, dann hättest du mich fast gebashed, ey. Ich habe meinen Autofot zu euch erhobert. Ich habe einfach nur geschossen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich spiele gar nicht richtig, das ist mir zu dämlich. Ich mache einfach nur. 7 zu 20, ey, das geht doch mal voll nicht klar, ey. 5 zu 13, was soll ich denn sagen? Ei, 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 ei. Haben die Feuerbasis verloren. Hey, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Die Welt, die Welt! Menno. Erschreckt mich doch nicht so, ey. Irgendwie haben die alles auf mich abgesehen. Ich bin död. Ich bin död, Mann. Kampi, empi oder wie, da sie schimpft. Mama Lida hat mich gekillt. Mama Lida? Mhm. Weißt du, dann, der pussigste Name überhaupt, ja? Und dann killt der mich auch noch. Ich häng hier voll fest, ey. Ich häng fest. Oh, witzki. Hey, go weg. Nein, nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Shit. Ich streike hier gleich, ey. Strike. Ich denke, der Panzer hat mich gebankt. Gebäschte. Nee, gebankt. Ja, was läufst du mir auch durch die Schusslinie, du Vollpfosten, ey? Alles Halbseitenspackos. Fakt. Scheiße, wir haben Scharfschützen. Kann ihn jemand lokalisieren? Ja, ich hätte ihn ja nix ausgeschaltet, wenn du nicht Vollpfosten vor meiner Linse gewesen wärst, ey. Nö. Död, ich bin död, Alter. Ey, das ist eine Sache, die gefällt mir jetzt gerade mal gar nicht, ne? Weil, because... Of you? Ja, das sowieso. Ähm, ja. What? Warum du fallst dort um? Ich glaube, dass wir dich, glaube ich, gar nicht wissen. Wollte gerade sagen, ich glaube, das möchtest du gar nicht wissen. Ich bin aber genauso umgefallen wie er. Läuft bei dir, Bruder, läuft. So, ich werde jetzt nochmal was versuchen. Ich werde nochmal ganz dreist etwas versuchen, Lan. Du verstehst mich, Lan? Da. Wo? Hinten. Hinten. Oh, der Basis übernommen. Negativ, negativ, Basis. Lebe, Feuerposition, zurück. Negativ, negativ. Zureisen, halten. Habe gleich nach. Okay. Lan, ich komme. Negativ für dieses Ziel. Ihr sind dicht in Position des Anfissbereits. Übermittelt eure Vor- und Nachricht. Negativ, negativ, Basis. Ja, Mann. So, jetzt fliegen wir hier noch ein bisschen weiter rum. Weißt du, ich habe Dronne, Lan. Mit Dronne kannst du feuern. Schweinehune. So, dann fahren wir mal zu. Äh, ich werde... Ich bin dort. Von wo hat der mich beschossen? Achso, von da. Ich habe nichts gesagt, Lan. Ich habe überhaupt nichts gesagt, Lan. Mann. Irgendwie bin ich ja froh, wenn ich gleich im Bett liege. Mal ganz ehrlich. Ey, fahre ich gerade mit einem Quad gegen ein Haus und ein krass Krach zusammen. Ey, warum nicht? Geht mir voll nicht klar. 8 zu 26. Was macht der für eine Scheiße? Wer? Fährt der mit dem Quad in die Ecke und sprengt hier weiter die Luft? Voll Honk, Alter. C. Und C und B werden eingenommen. A, B, C, D, E, F, G und du siehst gern Babaschnee. Den kroll ich mehr, den kroll ich mehr, den kroll ich mehr, du. Wo ist er? 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 Ey, Lan. Ey, Lan? Bist du? Lan? Da ist er. Lan, 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 lan. Der ist dort. Lan ist dort. Du haben Kontrolle über Feuerbasis verloren. Unsere Position ist aufgelöst. Ey. Dededeet. 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 Du bist ruhig geworden. Hab mich da gerade ein bisschen ankotzt hier. Jihau. Ganz genau. Ich bin mit so Vollspackos in einer Gruppe. Die können alle nicht spielen. Danke. Lanze. Nein, 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 nein. Fuck it. Oh, Junge. Du regst mich so auf, du scheiß Panzer. La, 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 la. Aber wisst ihr, teilweise... Vergesse ich, dass ich gerade am Aufnehmen bin und labere einen Dünnschiss vor mir hin? Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht, Lan. Ey, was hab ich mit meinem Lan, ey? Ein Waller. Ein Waller, Bila? Waller, Zigeunerschnitzel. Ne, jetzt gegen Zigeunerschnitzel, das ist lecker. Ist es ja auch, aber du darfst es nicht mehr Zigeunerschnitzel nennen. Sondern? Das ist rassistisch. Kein Witz. Du musst das jetzt irgendwie anders nennen, ich weiß nicht mehr. Das gibt dafür einen anderen Namen. Für mich ist es und bleibt es Nummer Eben Zigeunerschnitzel. Ey, wie soll man es denn auch sonst nennen? Geht's auch. Zwei Kills in Folge hier. Gebt mal Muni hier. Gebt mal Muni, 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 Muni. Ey, guckt der mich nur blöd an, weißt du? Weißt du, ich signalisiere den Muni und der guckt mich nur blöd an. Geil, ne? Beste. Ey, wozu ist der Sturmsoldat, wenn er mir keine Muni abschmeißt? Was für ein Pfosten, ey? So geht es mir schon die ganze Zeit. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nein! Irgendwie warte ich ja immer noch da drauf, dass du mich killst. Aber irgendwie sind wir uns doch gar nicht über den Weg gelaufen, ne? Ey, Bruder? Ne, wie gesagt, hier, die, äh, aus meiner Fraktion, das sind, äh, Halbseitengehirnspastiker, die können alle entspielen. Ohne Spaß jetzt mal, das ist jetzt kein Witz, die sind wirklich alle hängen geblieben. Ja, klar, na sicher, fahr in die Base rein, du bist so ein ekelhafter Nu. Ich bezeichne mich selber als Noob. Ich bezeichne mich selber als Noob. Ohne Scheiß, helft mir mal. Ey. What the fuck? Lebt er noch, oder lebt er? Gut. Mein Reden, mein Reden. Alles Esel. Esel. Dreckig Esel. Ihr seid komisch, dreckig Esel. Ihr müsst machen, besser. Schießen, spielen. Wie auch immer. Machst du nicht Esel. Drei Kills in Folge. Nein, aber jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. 15 zu 30. 7 zu 17. Ja, das sehe ich auch so, ne? Das war ein Treffer. Jetzt hat man mir zu mir gerade gesagt, hinter dir. Wo? Hinter. Very, very unschön gefühlt. Hinter. Da. Wo? Hinter. Ich schwöre dir, das wird zum Insider. Ich schwöre es dir, ich schwöre auf alles. Das sag ich nicht in Luft. Hinter. Frau Gass, hinten, ja, ich nicht in Luft. Du Kurwa. Das hat der Dings geschrieben, dieser Kuba, Dingenskirchen. Der wer? Der heißt... Warte. Boah. Kuba, wo haben wir den Kuba? Ah, ich schwöre den jetzt nicht. Auf jeden Fall heißt der irgendwann für Kuba. Der hat vorhin Kurwa geschrieben. Dies ist aber polnisch. Ich weiß. Wir sind auf Russisch. Ist kein Problem, ich rede Romanz, Russki, Polska, Tschechska. Nehme Probleme. Ich lebe jedes Land, ne? Anna, du, du stech mit Messer zu. Muhahaha. Ich komm an der Kampfer. Ich komm an der Kampfer. Ich wollte gerade sagen. Ich hab gerade nur einen Hilfskill gekriegt. What the fuck? Das geht mal gar nicht klar hier. Alter. Ich bin doch in meinem Revier. Du warst nie wirklich weg, hast dich einfach nur versteckt. Natürlich. Aber das ist kein Problem, ich bin ein schönes Kopfhohl. Was? Schönes Kopftuch? Ja, voll. Scheiner Feeling. What the fuck? Beat it. Alter. Ja.